Was ich gelernt habe, Multitasking funktioniert nicht. Und das zweite Thema ist, dass ich auch wirklich eine Vorbildfunktion habe als Führungskraft. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Frauen in Führung. Heute haben wir eine Kollegin aus der Statistik zu Gast. Frau Zeyer, Sie sind Hauptgruppenleiterin in der Statistikabteilung und leiten dort drei Teams. Können Sie uns kurz erklären, was genau diese drei Teams machen? Ja, sehr gerne. Das erste Team koordiniert zwei große europäische Projekte und kümmert sich um das Thema Change Management. Und die anderen beiden Teams kümmern sich um die Erhebung und das Datenqualitätsmanagement von unterschiedlichen Statistiken. Das reicht einmal von taggleichen Statistiken bis zur Quartalsstatistik. Also ein sehr heterogenes Aufgabenfeld. Und was ist Ihr beruflicher Hintergrund und wie sind Sie zur Bundesbank gekommen? Ich bin Mathematikerin. Nach dem Studium war ich acht Jahre in der freien Wirtschaft tätig, bevor ich 2015 direkt eingestiegen bin im Risikocontrolling bei der Bundesbank. Danach war ich in der Bankenaufsicht tätig und seit Frühjahr 2022 bin ich im Zentralbereich Statistik und habe dort meine erste Teamleitung übernommen. Dann an dieser Stelle auch nochmal herzlichen Glückwunsch. Jetzt haben wir jetzt die ganze Zeit von Statistiken. Können Sie uns einmal mitteilen, wie viele weibliche Führungskräfte es dann in der Statistik gibt? Ja, natürlich sehr gerne und dafür habe ich auch eine Statistik mitgebracht. Und zwar haben wir unter allen Führungskräften 46 Prozent weibliche Führungskräfte und 54 Prozent männliche Führungskräfte. Das spiegelt ungefähr auch das gesamte Beschäftigtenverhältnis der Statistik wieder. Also das heißt, bei uns arbeiten auch wirklich 46 Prozent Kolleginnen, was vielleicht überrascht, weil die Statistik nach außen ja doch eher vielleicht als eher trockenes Arbeitsgebiet wahrgenommen wird. Aber wir haben wirklich ein sehr spannendes Aufgabenspektrum und da ist für jeden und jede etwas dabei. Das klingt sehr vielversprechend. Und Frau Zeyer, hatten Sie denn auf Ihrem Weg persönlich Unterstützerinnen, Unterstützer, die Sie begleitet haben? Und wie wichtig ist es für Sie, einen guten Mentor, eine gute Mentorin zu haben? Also ich hatte Unterstützung von unterschiedlichen Personen, nicht nur von einer. Das waren im ersten Schritt meine direkten Führungskräfte, Männer sowie Frauen, die mich immer ermutigt haben, meinen Weg zu gehen und mich weiterzuentwickeln in die Richtung, die ich möchte. Ich habe auch beim Mentoring-Programm bei der Bundesbank teilgenommen, was ich super wertvoll fand, weil man dort ja dann in den engen Kontakt mit einem oder mit einer sehr erfahrenen Führungskraft kommt, die so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudert, die Einblicke gibt, wie denn ja der Führungsalltag tatsächlich ist. Und das fand ich sehr bereichernd und da habe ich sehr viel gelernt. Und gerade zum Thema Lernen, also man lernt ja wahrscheinlich nie aus, aber gibt es Dinge, die Sie als Führungskraft selbst erst lernen mussten und sind Sie da auch über Herausforderungen gestolpert? Ja, also ich lerne auch jeden Tag wieder Neues dazu. Die zwei Themen, die mir auf Anhieb einfallen, was ich gelernt habe, das erste ist, Multitasking funktioniert nicht. Ich bin schneller, ich erst mal in Ruhe eine Sache abschließe, dann mit der nächsten beginne. Und das zweite Thema ist, dass ich auch wirklich eine Vorbildfunktion habe als Führungskraft. Es fängt bei so Kleinigkeiten an, wie dass man aufmerksam ist im virtuellen Meeting, nicht parallel E-Mails liest, weil das vielleicht dann auch die Teammitglieder als normal erachten und dann ebenfalls nicht aufmerksam sind. Dann bedanke ich mich für dieses sehr ehrliche und inspirierende Gespräch. Vielen Dank. Ich danke Ihnen.